Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einer neuen Episode Bubble Time. Das hat es lange nicht mehr gegeben, aber mittlerweile sind so viele Themen passiert in der Welt und ich habe ja gesagt, ich will mehr Vlogs machen bzw. mehr mit der Kamera so und auch Bubble Time ist dafür eine gute, ja, Art und Weise bzw. ein gutes Mittel, denn ich kann mich ja auch einfach irgendwo auf der Welt mit der Kamera hinsetzen oder hinfahren und dann darüber babbeln und über die Themen halt babbeln. Und deswegen gibt es heute mal wieder eine Episode. Mal sehen, wie das Ganze ankommt. Und wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr über freuen. Ihr könnt gerne in die Kommentare mitdiskutieren und eure Meinung reinschreiben, das lese ich mir ja immer mal wieder durch und bin halt immer sehr interessiert daran, was ihr so zu den Themen zu sagen habt. Heute haben wir, ja, ich sag mal so drei Themen, dreieinhalb Themen und zwar ist das einmal das neue Add-on für FIFA 16 und zwar die Frauen-Nationalmannschaften, dann der FIFA-Korruptionsskandal, dazu noch, ja, so ein bisschen die Transfers aus der Bundesliga bisher beziehungsweise auch aus der zweiten Bundesliga und allgemein so einen kleinen Überblick, ja, das ist so ein halbes Thema, wie so diese Saison gelaufen ist, was ich so glaube, wie die dann in der nächsten Saison spielen werden und wie sie für mich in dieser Saison gespielt haben. So eine kleine Bewertung der einzelnen Teams in der Bundesliga. Die zweite Bundesliga lasse ich da außen vor, weil ich davon nicht allzu viel verfolgt habe und die Relegation wird natürlich jetzt auch gleich nochmal ein kleines Thema spielen, allerdings ist das ja nichts zu Großartiges. Gut, ich würde sagen, wir reden nicht lange drumherum, sondern erzähl mal so ein bisschen, was denn so mit dem FIFA-Korruptionsskandal los ist. Damit fangen wir an. Ich würde in der Videobeschreibung eine Timeline geben, wenn euch das Thema nicht interessiert, könnt ihr dann zum nächsten Forskippen und so weiter und so fort. Und naja, was ist mit dem FIFA-Skandal so? Ach ja, im Hintergrund, im Hintergrund seht ihr den Wolfsburg-Karrieremodus. Da habe ich ein bisschen wieder was aufgenommen. Das sind, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele. Auf jeden Fall bin ich mittlerweile im Jahr 2021 und werde einfach ein bisschen rumsimulieren, so wie ich einfach das Ganze immer mache, immer den Karrieremodus fortsetzen. Das wird sich, wie gesagt, ändern, wenn ich mal mit der Negeri herumlaufe. Momentan machen wir das noch so mit Wolfsburg-Karrieremodus. Im Hintergrund, weil ich momentan einfach nichts anderes spiele als FIFA. So, ähm, FIFA, was ist da überhaupt passiert? Es wurde aufgedeckt, dass sehr viel Korruption innerhalb der FIFA vorhanden ist. Ja, gut. Das war auch den meisten schon vorher bewusst, muss man ja ganz ehrlich sagen. Allerdings wurde jetzt so ein bisschen mehr klar, beziehungsweise wurde so ein paar Funktionäre und Offizielle der Korruption so wirklich nicht nur beschuldigt, sondern es wurde auch nachgewiesen, dass die tatsächlich, ähm, ja, solche Maßnahmen, beziehungsweise sich haben bestechen lassen oder dass sie Stimmen gekauft haben oder dass sie Verträge abgeschlossen haben mit mehreren Geldern, dass einfach Sachen bevorzugt wurden oder Konzerne bevorzugt wurden. Beispielsweise Nike spielt da eine große Rolle. Ähm, zumindest war das wohl früher so. Und allgemein sind sehr viele Funktionäre jetzt vor allem natürlich auch sehr blatter, auch wenn der persönlich wohl nichts gemacht haben soll. In der Kritik, äh, die Aussage, dass er Blatter dem Fußball einen großen Dienst erweisen und zurücktreten soll, unterstütze ich ja auch. Ich finde ja, Blatter ist ein unfassbar unsympathischer und unfassbar beschissener Präsident der FIFA. Ich finde es schrecklich, dass Figo seine Kandidatur zurückgezogen hat. Figo wäre, glaube ich, ein richtig guter Präsident geworden. Aber auch das ist wieder so eine Sache. Warum hat Figo die zurückgezogen? Das muss er irgendeinen Grund gehabt haben. Und, äh, der, bei dem es so mittlerweile am meisten im Mittelpunkt steht, ist der Kollege, äh, wie heißt denn der? Web. Ich habe keine Ahnung, wie mein Vornamen heißt. Auf jeden Fall Web. Und, ähm, der ist der Präsident der CONCACAF, also dem mittelamerikanischen und nordamerikanischen Verband. Und der soll wohl, äh, ja, sehr viel mit Korruption zu tun gehabt haben. Genauso wie viele andere Funktionäre. Und Jack Warner, das ist ein ehemaliger FIFA-Sprecher und Marketing, ähm, ne, das ist nicht der ehemalige FIFA. Ne, das ist nicht der ehemalige FIFA-Sprecher. Das ist, äh, ja, wenn ich wüsste, wer das wäre. Keine Ahnung, wer das ist. Äh, ja, ich muss mal eben googeln. Auf jeden Fall will Jack Warner auspacken. Das ist wohl ein relativ hohes Tier, so wie ich das sehe. Ähm, das ist der, äh, trinidadische Geschäftsmann und Politiker und ehemalige Vizepräsident der FIFA-Sprecher bis 2011. Äh, okay, dann haben wir das ja geklärt. Gut, der will auf jeden Fall auf, äh, auspacken. Und, äh, der sitzt wohl im Gefängnis, weil er eben der Korruption überführt wurde oder irgendwas. Auf jeden Fall will der halt auspacken und mal vielen, ähm, naja, vielen das Handwerk legen, sag ich mal. Und auch der gute, äh, wie heißt der denn? Chuck Blazer? Chuck Blazer ist anscheinend auch jemand, der, äh, naja, da so ein bisschen die Schnauze voll von gehabt hat, weil der hat anscheinend den, ähm, dem FBI, ja, dem, wer ist denn das eigentlich? Ich hab keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall dem, äh, US-amerikanischen Geheimdienst, ermöglicht, dass die überhaupt die FIFA-Funktionäre festnehmen. Das Ganze ist ja eine riesige Sache, wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, wie gesagt, ich bin da auch nicht so super informiert drüber, dann schaut auf jeden Fall mal bei SkySport News HD oder auf Facebook oder irgendwo im Internet, informiert euch darüber. Es wird die relativ interessant und es ist ziemlich erschreckend. Und, äh, Fakt ist, dass wohl auch die WM-Vergabe nach Katar, Überraschung, Überraschung, äh, ein Haufen Korruption einfach nur war und viele andere Sachen in der Vergangenheit auch und dass die FIFA einen riesigen Schlag erlitten hat. Ich bin ja auch der Meinung, das bin ich aber sowieso schon länger, ähm, dass die UEFA einfach mal das Ganze boykottieren sollte. Denn, äh, die UEFA ist ja ein Verband aus, ich glaube, 67 Vereinen oder sowas um den Dreh, oder 55, irgendwie sowas um den Dreh, über 50 auf jeden Fall. Und da sind ja beispielsweise Frankreich dabei, England, Italien, Deutschland, damit der Weltmeister, Spanien, Portugal, alles große Verbände und mächtige Verbände, auch einfach, weil die, äh, mit Top-Ligen ausgestattet sind und unter anderem auch Weltmeister sind, mit Deutschland halt, oder Vize- oder Vize-Weltmeister mit, ähm, ja, okay, Argentinier, scheiße, ehemaliger Weltmeister. Wie heißt denn das? Vorheriger Weltmeister mit Spanien. Und, ähm, dementsprechend wäre das eventuell eine Möglichkeit, da so ein bisschen Druck auszüben auf die Fücher und auch auf Sepp Blatter. Und, äh, deswegen fände ich es ganz cool, ehrlich gesagt, wenn die Kollegen, ähm, das Ganze boykottieren würden. Ihr könnt mir gerne eure Meinung reinschreiben, findet ihr das Ganze übertrieben? Sagt ihr, die FIFA ist zwar scheiße, aber so einen Hype muss man da jetzt nicht draus machen? Oder sagt ihr wirklich, ja, strikt und knallhart, die FIFA soll boykottiert werden, die FIFA soll richtig leiden und, äh, Blatter soll auf jeden Fall zurücktreten. Würde mich mal interessieren, ich bin ja der Meinung, dass die ganzen Funktionäre, wenn sie dann schuldig sind, ja, lange ins Gefängnis sollten. Denn, äh, gerade im Fußball hat so eine Korruption einfach überhaupt keinen Platz. Und, äh, ich hoffe auch, dass die WM neu vergeben wird. Das hoffe ich wirklich, weil Katar eine Winter-WM, ganz ehrlich, wer will da schon? Ich glaube, die wenigsten. Und ich denke mal, da kann man einen besseren Ort finden als den Wüstenstaat. So, so viel dann zum Thema FIFA-Skandal, äh, dass das Spiel scheiße ist. Darüber müssen wir nicht reden. Das ist zwar auch seit Jahren ein Skandal, aber da kann man ja immer noch nichts gegen machen. Und, ähm, damit kommen wir zu... Na, okay, doch, wir können eine gute Überleitung machen, denn das Spiel ist ja auch ein Skandal. Und damit kommen wir zu den zwölf Frauen-Nationalmannschaften in FIFA 16. Ja, das wurde gestern bekannt gegeben von EA Sports mit einem Trailer. Und zwar werden es nur Nationalmannschaften sein, und zwar zwölf an der Zahl. Es sind Australien, Brasilien, China, Deutschland, England, äh, Frankreich, Italien, Kanada, Mexiko, Schweden, Spanien und die Vereinigten Staaten von Amerika, kurz USA oder VSA, wenn man es auf Deutsch halten will. Gut, ähm, joa. Ich bin ja persönlich davon überzeugt, dass das Schwachsinn ist, wenn es nicht ein eigener Modus wird. Wenn das Ganze so ins Spiel integriert wird, dass man wirklich auch gegen Männer spielen kann, ist das totaler Scheiß, weil Frauenfußball meiner Meinung nach nicht mit Männerfußball vergleichbar ist. Frauenfußball hat ein ganz anderes Niveau, wenn man sich das Finale der Deutschen Meisterschaft oder das Champions-League-Finale war anguckt. Das ist vielleicht Viertliga-Niveau, Dritte Liga, wenn es gut läuft. Also das ist meiner Meinung nach nicht so, dass die unbedingt in FIFA jetzt drin sein müssen. Natürlich haben sie es verdient, weil sie Profis sind, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie sind auch ein Teil des Weltfußballs, und dementsprechend sollten sie irgendwie, ja, in gewisser Weise ein Teil von solchen Spielen sein. Allerdings bitte nicht im Vergleich mit Männern. Wenn die dann wirklich ein 86er-Rating haben, die besten, und dann gegen die Männer spielen, ist das absolut lächerlich, weil das einfach nicht zueinander passt. Wenn es ein eigener Modus ist, okay, aber dann frage ich mich, warum man nicht gleich ein einzelnes Spiel macht, wo man dann auch die, nicht nur Nationalteams, sondern auch die verschiedenen Ligen mit einbaut. Beispielsweise die französische, die englische, die deutsche Bundesliga mit Frankfurt, mit Potsdam, mit PSG beispielsweise, weil die ja nun wirklich gar nicht mal so schlecht sind. Und wie gesagt, ich frage mich einfach wirklich, warum man das dann nicht gleich in dem ganzen Spiel macht, irgendwie FIFA 16 Women Edition oder sowas. Ist ja auch nicht das Problem an sich, dürfte ja nicht so schwer sein. Man müsste sich halt mal nur ein bisschen mehr reinhängen und das ist bei ihr ja so eine gewisse Sache. Außerdem müsste man ja die Lizenzen kaufen und damit haben sie ja Probleme schon bei der dritten Liga, bei der dritten italienischen, bei der dritten französischen, bei der dritten spanischen, bei der brasilianischen, bei der chinesischen, die ich ganz gerne hätte, bei der ukrainischen, die ich ganz gerne hätte. Aber wir müssen einfach abwarten und gucken, was sich da so ergeben wird. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich ihn nächstes Jahr mit Diapo Petrovsk und mit unter anderem auch mit Alice Schakib und nicht nur mit Shakhtar Moskau, äh Shakhtar Don jetzt spielen kann. Ich bin gespannt, wie dieser Modus so wird. Ich persönlich finde es lächerlich, dass man Frauen da reinmacht, bevor man irgendwie die chinesische oder sonst was Liga reinmacht, beziehungsweise das zuerst bekannt gibt, weil es gibt deutlich mehr Sachen, die sich die Leute wünschen als Frauen-Nationalmannschaften. Und das habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, diesen Wunsch. Und auch aus ökonomischer Sicht, also es wird wirtschaftlich nicht so einen Boom geben. Ich glaube, so eine chinesische Liga wird mehr Verkaufszahlen erhöhen, weil China, großes Land, viele Einwohner. Indische Liga will ich gar nicht von sprechen. Riesenland, Rieseneinwohnerzahl, genauso wie auch China. Ukraine wäre auch schon mal nicht schlecht, auch vielleicht um so ein bisschen zu zeigen, ey, wir scheißen mal auf den Russland-Ukraine-Konflikt. Also das hat im Fußball nichts zu suchen, was ja auch Fakt ist. Politik gehört nicht in den Fußball. Aber wir packen da erstmal lieber Frauen rein. Ich hoffe ja persönlich, dass, wie gesagt, das ein einzelner Modus wird. Bin aber auch interessiert daran. Virtuelle Titten, da freue ich mich nicht drauf, weil Fußballerinnen, naja, das ist jetzt, ne. Guckt euch mal Fußballerinnen und ihre Titten an. Das ist jetzt nicht so geil. Ja, gut, das war es eigentlich schon dazu. Was ich allgemein noch sagen kann, meine Wünsche für 4-16, das wurde ich ja auch schon öfter gefragt. Also ich wünsche mir, dass die Price-Ranges bleiben. Ich glaube, da bin ich einer der wenigen. Allerdings, dass die dann auch wirklich human sind. Ja, wenn man schon keine Coins mehr kaufen kann. Coins-Seller sind dann ja quasi tot, hoffentlich. Die Glitches und so weiter und so fort werden dann hoffentlich auch weg sein. Vielleicht kann man sich noch Mule-Accounts kaufen, aber die werden dann teuer sein, weil man das nur noch mit Traden machen kann. Und Traden soll wieder ermöglicht sein. Also so Traden soll ermöglicht werden. Das geht auch innerhalb der Price-Ranges. Das ist überraschend, aber es geht wirklich. Und schnauze jetzt da drüben. Und der Mindestpreis sollte auf jeden Fall weg. Der Höchstpreis sollte da bleiben. Und man sollte das Ganze, also man sollte Traden möglicher machen, damit man sich irgendwie zu den teuren Spielern traden kann. Aber die sollten vielleicht nicht unbedingt mehr kosten als 300.000 Münzen. Momentan ist Ronaldo auf der Xbox-Seite 750.000. Das ist eine Tendenz, die zum Ende des Spiels hier noch deutlicher wird. Da wird er vielleicht auf 400.000 kosten. Auf der PS3, PS4 ist der viel teurer. Was auch logisch ist. Weil, naja, was soll man sagen. Die PS3 und PS4 sind halt Konsolen, wo die Coins extrem günstig waren. Wo jeder 12 Millionen hat. Da können die Price-Ranges nicht so einfach runterregeln. Auf der Xbox ist das ein bisschen einfacher. Und dementsprechend sind die Spieler da jetzt schon relativ günstig. Messi 600.000 oder sowas. Das geht auf jeden Fall schon ganz gut klar. Und ich hoffe mal, dass die das behalten werden. Und dass die Spieler dann günstig sein werden. So, ich muss übrigens noch irgendwas anderes im Niedergut klatschen. Weil ich merke schon, das wird nicht 17 Minuten lang werden. Denn hoffentlich zumindest werde ich das irgendwie noch in der Zeit schaffen. Aber glaube ich nicht. Karrieremodus soll noch weiter ausgebaut werden. Ich liebe ja den Karrieremodus dieses Jahr schon. Aber die können sie auf jeden Fall noch verbessern. Steckt da auf jeden Fall viel rein. Ey, das macht einfach so viel Spaß. Mittlerweile, ich war ja früher Karrieremodus. Kind da eine lange Zeit gar nicht. Und mittlerweile liebe ich den Karrieremodus ja einfach nur wieder. Und dementsprechend sollte da auch ein bisschen was rein investiert werden. Um den so gut wie möglich zu machen. Und ich bin da wirklich sehr gespannt, was da so passieren wird. Ultimate Team, habe ich ja mal gesagt. Sollte vielleicht so ein bisschen werden wie PES. MyClub. Dass man, naja, dass man so bei den Packs eine gewisse Chance hat, Spieler zu ziehen. Dass man nicht immer nur irgendwie, keine Ahnung, in 100.000 Münzen, in FIFA 15 jetzt gesprochen, weil das wird ja dann hoffentlich nicht mehr geben. Dass man nicht irgendwie darin, ja, keine Ahnung, aus 100.000 Münzen oder was weiß ich, aus 1500 FIFA Points, also 10 Packs, 10 mal 9 Spieler bekommt. Das sollte nicht sein. Weil das ist einfach unfair. Und da sollte mal die Chance so ein bisschen, ne, das sollte variiert werden, wie es halt bei PES ist. Und eventuell auch die FIFA Points ein bisschen günstiger machen, beziehungsweise die Packs ein bisschen günstiger machen, damit man nicht irgendwie wirklich für viele Packs so viel Geld ausgeben muss. Sondern damit man zumindest mal ein bisschen Geld sparen kann, dabei noch nicht ganz so viel reinstecken muss. Die Verkaufszahlen werden, wenn man die chinesische Liga und so weiter reinmacht, sowieso so erhöht werden. Dass die sowieso ein Plus von Millionen, wenn nicht sogar Milliarden machen. Also dann könnte man den Spielern zumindest mal ein bisschen entgegenkommen und die nicht abturnen und zum Konkurrenten schicken. Das wäre wirklich ziemlich, ziemlich dumm. Das sind eigentlich meine Wünsche für FIFA 16. Mehr habe ich mir noch nicht so wirklich überlegt. So Schiedsrichter und so, also so Gameplay bezogen, dass die Torhüter kein Bullshit mehr machen, dass Momentum weg ist und dass die Schiedsrichter besser werden, die Impact Engine besser wird. Und ja, das sind halt alles so alljährliche Wünsche. Ich bin einfach überrascht, beziehungsweise gespannt, was da so passieren würde. Ich lasse mich überraschen und mal sehen, wie es dann auf der Gamescom beim ersten Mal werden wird. So, Bundesliga. Das Ganze gestern oder ja doch heute begonnen mit dem Transfer von Willi Orban zu RB Leipzig. Wir haben ja allgemein ein paar Transfers dahin, unter anderem auch Davy Selke. Und auch Willi Orban wird vollkommen zu Recht jetzt dafür gehatet, weil bei Orban kann ich es... Ja okay, doch, ich bin ja kein RB-Hater, muss man ja dazu sagen. Ich bin ja da ein bisschen neutraler. Ja, ich sehe einfach nur Fußball, attraktiv, geil und nicht Fußball, Finanzen, zwar attraktiv, aber Finanzen, scheiße. So bin ich ja nicht gestreckt. Ich finde ja Fußball gut, solange es attraktiv ist. Natürlich ist es fragwürdig, natürlich ist es schade, aber es ist nur noch mit Geld möglich. Ohne viel Geld bist du nicht mehr erfolgreich. Es geht einfach nicht mehr. Augsburg ist die Ausnahme der Regel beispielsweise. Und es ist nun mal so, dass sowas passieren wird. Ich finde es aber auch, wie gesagt, nicht schlimm, weil, mein Gott, dann wechseln... Die Spieler haben ja immer noch im Endeffekt selber die Entscheidung. Wenn sie so Charakterschweine sind, dann wechseln sie halt dahin. Und Leipzig ist für mich auch ein Verein, der gute Fans hat, muss man ganz ehrlich sagen. Die Fans im Stadion sind top bisher, muss man ganz ehrlich sagen. Der Fußball, den sie spielen, ist attraktiv. Und bei Ingolstadt beispielsweise ist es genauso. Und Ingolstadt hat wirklich noch nicht viel Geld ausgegeben. Bei RB ist das ja ein bisschen heftiger. Wen gibt es noch? Wolfsburg, finde ich, auch spielen super attraktiven Fußball. Fans, ja, muss ausgebaut werden, aber die Stadt ist halt klein. Hoffenheim genauso, spielen auch attraktiven Fußball. Kleine Fangemeinde, aber wie gesagt, kleine Stadt halt. Vielleicht wird das noch in den nächsten Jahren. Wie gesagt, ich bin halt nicht so gegen Commerzfein, aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Das ist nur die Transfers. Und in der zweiten Liga... In der zweiten Liga haben wir da momentan bisher, naja, nicht so krasses. Also wir haben beispielsweise halt einen Willi Orban und einen Davy Selke, die zu den Kollegen nach Leipzig wechseln. Und Lautern hat bisher noch nichts verpflichtet. Paderborn hat bisher noch nichts verpflichtet, beziehungsweise nur ablösefrei. Daniel Heuer, Fernandos von Osnabrück. Ähm, naja, die haben hier wie gesagt schon Davy Selke und Willi Orban für zwei Millionen. Das ist aber auch echt wenig. Ist echt wenig. Naja, er hätte auch zu Kollegen nach Gladbach gehen können. Und Joshua Kimmich haben sie verkauft. Nach Stuttgart. Der geht ja jetzt aber zu Bayern, glaube ich. Ähm, so. Braunschweig hat sich Matuschik geholt, was ich gut finde. Der ist nämlich ein starker Spieler. Und Philipp Ofoso, ah je... Gehen wir an Raphael Korte, Benjamin Kessel und Norman Theuerkauf. Ja gut, Dennis Krupke auch, Dennis Dogan auch. Allgemein gehen die relativ viele, wie ich hier gerade sehe. Harvard Nielsen kehrt zurück zu RBL. Dann Hendrik Zuck geht zurück. Hedensnack geht zurück. Rio geht zurück. Mal sehen, wie Braunschweig die nächste Saison so machen wird. Union, Stefan Fürstner, Kessel, Daube, Korte. Ja, äh, Maximilian Thiel von Köln. Okay, haben Jobbeck irgendwie mal abgegeben. Koppeln, ja. Ganz ehrlich, bisher sind da noch keine großen, tollen Transfers so wirklich dabei, meiner Meinung nach. Adrian Niktschi und Radlinger gehen von Nürnberg zurück nach Hannover und im Lappert zu Gladbach. Aber da ist halt wirklich noch nicht so viel passiert. Wird ja aber auch nicht, weil es ist ja nur die zweite Liga und außer RBL gibt da ja keiner viel Geld aus. So, kommen wir zur ersten Liga. Das ist deutlich interessanter. Und zwar gehen wir mal von oben nach unten durch und erzählen auch mal, was meine Saisonerwartungen sind beziehungsweise was meine Saisonmeinungen sind, wie die gespielt haben. Bayern, Joshua Kimmich ist Neuzugang für 7 Millionen von Stuttgart. Kirchhoff ist zurückgekehrt, Green, Heubiak und Shakiri. Die werden sich noch wahrscheinlich in Stürmer kaufen beziehungsweise auf jeden Fall Flügelspieler. Shakiri wurde ja abgegeben an Inter Mailand für 18 Millionen. Dementsprechend haben sie ja noch ein bisschen was gut gemacht und allgemein noch durch die Einnahmen und die Meisterschaft. Natürlich, Bayern hat zum Ende der Saison richtig nachgelassen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht war auch die einfach die Luft raus. Im Endeffekt sind sie verdient Meister geworden, muss man einfach sagen. Und ich denke mal, auch nächstes Jahr werden die natürlich oben mit dabei spielen. Und ich denke mal, es geht wieder fast nichts an Bayern vorbei. Mit ganz viel Glück haben Wolfsburg, Gladbach oder auch Dortmund eine Chance. Aber ich glaube, dass Bayern auch nächstes Jahr richtig durchdrehen wird. Und naja, ich bin von den Transfers bisher nicht begeistert. Alex wurde ja auch nichts bekannt gegeben, außer von Transfermarkt, die irgendwie wie immer irgendwie 700.000 Gerüchte streuen. Aber das ist ja auch deren Aufgabe. Wolfsburg hat Max Kruse verpflichtet und hat Václav Pilar abgegeben, der von Viktoria Pilsen zurückkam. Per Leihende und Kuhn-Kreis-Kehls kam auch noch zurück. Pilar ist jetzt wieder verliehen worden oder verkauft worden an Viktoria Pilsen. Okay, sollen sie machen, weil ist jetzt nicht so ein super toller Spieler. Ich bin gespannt, wen sie noch holen werden. Kruse ist ja eher so eine hängende Spitze, so ein halber Stürmer, aber kann auch Stürmer spielen, aber kann auch Zehner spielen. Falls De Bruyne geht, vielleicht ist das auch für eine Vorbereitung. Auf den Außen, sie haben eigentlich nirgendwo so wirklich Bedarf, weil die überall gute Spiele haben, außer vielleicht im Sturm für Dost. Bendner sollte bitte bleiben oder zu Hannover wechseln, weil es ist Bendner. Und eigentlich, das ist das Ding wirklich auch, Bendner ist ein guter Stürmer. Er wird unterschätzt, aber er spielt ja auch einfach nicht. Seine Trainingsleistungen, wer dann spielt, spielt er meistens auch gut. Das ist ja das Ding. Aber das sehen die Leute ja nicht, weil die Leute sagen, Bendner Lappen, ist ja eigentlich gar nicht so. Gut, Gladbach hat bisher, Gladbach ist echt Transfermonster. Ich meine, Kruse haben sie abgegeben. Kruse ist aber meiner Meinung nach sowieso nicht so ein krasser Spieler. Der wird überbewertet, meiner Meinung nach. Philipp Darns haben sie abgegeben. Gut, Torben Marx. Kramer ist natürlich ein Verlust, aber sie haben Thorgan Hazard geholt. Für 8 Millionen. Der soll talentierter sein als Eden Hazard, auch wenn ich das bisher noch nicht sagen kann. Und sie holen ihn für 8 Millionen von Chelsea. Das ist ein krasser Move. Das ist richtig Max-Eberl-Style. Und auch Lars Stindl natürlich für 3 Millionen. Super Move. Für mich Stindl einer der unterschätztesten, aber wirklich auch besten Spieler, die wir momentan im Mittelfeld in Deutschland haben, weil er so vielseitig ist. Der kann ja alles. Der kann außen, der kann zentral, der kann hängende Spitze, der kann wirklich Sechser. Der kann ja alles. Und dementsprechend einfach wirklich ein sehr, sehr guter Transfer, weil Gladbach diese Variabilität braucht und er eventuell Sechser für Kramer spielen kann. Aber ich denke mal, sie müssen sich noch einen Sechser holen. Stürmer haben sie jetzt noch mit Rigotta, mit Raphael und mit Mlappa, der zurückgekommen ist. Und noch irgendjemanden haben die doch, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall haben sie da genug. Aber vielleicht kommt da ja auch noch mal einer. Werden wir mal sehen. Sind auf jeden Fall sehr gut aufgestellt und ich freue mich auf Gladbach in der neuen Saison. Ich bin ja auch Gladbach-Sympathisant auf jeden Fall. Leverkusen bisher nix mit Geld geholt, sondern nur Ramaljo, den sie ablösefrei von RB Salzburg geholt haben. Und sehr viele Jugendspieler. Und Kramer halt, Arkadius Mielik unter anderem auch. Und Staphy Lydis beispielsweise und Dominik Vorkorfer in Augsburg. Haben halt sehr viele Spieler verliehen gehabt und haben mit Castro, naja, okay, Mielik ist anscheinend gewechselt. Gut, Mielik ist weg. Philipp Bollscheid ist Gott sei Dank auch weg. Reinhardt ist weg, Castro ist weg. Sollten auf der Sechser-Position nachrüsten, weil Rolf es ja auch die Karriere beendet hat. Aber die werden das schon machen. In der Innenverteidigung müssen sie eventuell auch was machen, wegen Papadopoulos. Aber da haben sie ja Ramaljo geholt und den können sie auch aufbauen. Jetwey ist jetzt nochmal ein Jahr älter und Dominik Vorkor ist ja wieder da. Das heißt, der wird auch spielen, weil er ja schon Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat. Der ist zentraler Mittelfeldspieler. Oh, dann ist er doch kein... Wer ist der Innenverteidiger von Augsburg, der so gut ist? Oder Außenverteidiger? Muss ich mal eben nachgucken. Das irritiert mich jetzt. Der ist Mittelfeldspieler. Anscheinend habe ich mich komplett vertan. Ich habe mich komplett vertan. Gut, Korr ist Mittelfeldspieler. Dann haben sie auf der sechserer Position auf jeden Fall schon mal was nachgeholt. Ist ja auch egal. Leverkusens Transferwirtschaft ist bisher ganz okay. Schalke, ja, haben das Tassic geholt für 9,5 Millionen. Viel zu viel. Papadopoulos ist wieder da. Das ist gut, weil der wirklich stark ist. Santana sollten sie abgeben, weil der scheiße ist. Kirchhoff ist wieder weg. Ja, Obasi, Tranquilo, Barnetta, Fuchs, Wettklo. Alle weg. Vor allem drei ablösefrei mit Fuchs, Barnetta und Obasi. Naja. Brauche ich nicht viel zu sagen, glaube ich, weil Schalke hat jetzt so scheiße gespielt. Die müssen irgendwas machen. Ich bin gespannt, was er machen kann. Aber nicht viel zu sagen. Ich bin von Schalke extrem enttäuscht. Gerade in der Rückrunde haben die ja fast so beschissen gespielt wie 96. Vom Niveau auch her haben wir wirklich auch fast nie wirklich gut gespielt. Bei 96 haben sie... Die haben ja ab und zu auch verloren, wenn sie gut gespielt haben. Aber bei Schalke war das wirklich ein Graues. Ich habe viel von denen erwartet. Haben mich gefreut, dass die nächstes Jahr wieder angreifen werden. Vor allem nach dem Spiel gegen Madrid. Aber das war echt schrecklich. Da war Augsburg schon deutlich besser. Genauso wie Leverkusen. Ich brauche zu den Top-Teams, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen, weil die stehen alle da, weil sie es verdient haben. Gerade Augsburg. Mit einer klasse Arbeit mit Reuter und Weinzierl. Und ich bin gespannt, wen die sich so holen werden oder wen die dieses Jahr wieder rausbringen werden. Das werden wir dann sehen. Eintracht Frankfurt. Ne, Dortmund kommt erstmal als nächstes. Habe ich übersprungen. Ja. Haben sich gefangen in der Rückrunde. Wir sind sehr gut ins Ende reingestartet. Hatten auch ab und zu mal ein bisschen Pech noch. Aber werden nächstes Jahr wieder angreifen. Haben sich mit Castro einen guten Sechster geholt. Kiel hat seine Karriere beendet. Damit haben sie einen Ersatz gefunden. Weigel haben sie noch geholt. Ein Talent, das sie ausbilden können. Ich denke mal, die sind gut aufgestellt für die nächste Saison. Sollten aber ihm Hobbile abgeben und Ramos abgeben und sich einen neuen Stürmer holen. Weil die beiden wirklich absolut scheiße sind. Und nur mit Aubameyang geht das halt nicht, weil du brauchst zumindest einen Ersatzstürmer. Spiel in der Europa League und da wäre das schon ganz gut. So, Hoffenheim hat sich bis jetzt noch einen Litz geholt. Hat nur die ganzen ausgeliehenen Spieler wie Gregoritsch oder Bitteko oder sonst wen zurückgeholt. Bin ich auch mal sehr gespannt. Wie ein Cenzo Griechhofer ausgeliehen von denen ist. Das ist ja krass. Na, muss man mal sehen, wie das Ganze laufen wird. Ich bin sehr gespannt darauf. Ja, müssen wir mal schauen, was Hoffenheim noch so machen wird. Haben eigentlich nicht wirklich großartigen Bedarf, würde ich fast schon sagen. Vielleicht defensiv noch mal ein bisschen was zur Stabilisation. Offensiv, ja, zentrales Mittelfeld. Jetzt sind sie eigentlich ganz gut aufgestellt. Ich denke mal, wenn nicht Firmino und Volland gehen werden. Wenn sie gehen werden, werden sie natürlich Ersatzspieler holen dafür und Modest eventuell auch. Aber sonst sind die eigentlich ganz gut aufgestellt. In der Offensive, wenn die Topspieler gehen, müssen sie was nachholen. Aber Hoffenheim hat auch so eine relativ, naja, erwartete Saison, sage ich mal, gespielt. Genauso wie Frankfurt, muss man auch nicht viel zu sagen. Bisher Transfers, Reinhard geholt, sonst niemanden wirklich abgegeben, außer Lucas Pia, sondern er zu Scherz, zurückgegangen ist, aber der hat ja auch nur teilweise gespielt. Und naja, gut, mit Reinhard haben sie einen guten Sechser dazu gewonnen. Das passt schon alles. So, Bremen, die haben wirklich unerwarteterweise so gut gespielt. Stehen jetzt da fast in der Europa League, weil sie wirklich auch guten Fußball gespielt haben. Allerdings ist die Transferpolitik ein bisschen fragwürdig. Brödel wird gehen, das ist okay. Castells muss gehen, das ist auch okay. Selke wird gehen, das ist schade, aber das ist nun mal einfach so. Aber sich dann Uca zu holen, Uca ist für mich absolut überwertet. Der ist niemals diese 4,5 Millionen wert. Für das Geld kriegst du definitiv bessere. Ich denke mal, das wird nicht sonderlich gut werden, weil Uca einfach auch nicht ins System passt von Bremen. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird. Ich bin gespannt, ob Tissanto gehen wird. Da müssen sie sich noch einen Stürmer kaufen und hoffentlich einen A-Stürmer, weil Uca ist für mich, weiß ich nicht, Petersen ist für mich besser als Uca, ehrlich gesagt. Und das soll schon was heißen, weil Petersen ist eine ziemliche Karotte. Aber der will ja auch nicht mehr in Bremen spielen, glaube ich. Da müssen wir mal sehen. Elia ist zurück. Die ganzen Leihspieler hier, die Obranjag, Elia, diese ganzen Graupen, die sie da verliehen haben, weil sie gedacht haben, ey, die könnten gut sein und dann doch nicht gut waren. Sind jetzt wieder zurück. Bin ich sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird. Wiedwald haben sie geholt. Ist ein guter Keeper von Frankfurt. Ich denke mal, der wird ohne Probleme Wolf verdrängen. Und die können nächstes Jahr hoffentlich wieder so um das Mittelfeld mitspielen. Vielleicht schon Euroleague, bin ich mir nicht so sicher. Vor allem, wenn Tissanto gehen sollte, weil das war halt auch teilweise wirklich, ja, diese Halbstärke, einfach diese Serie. Diese Serie, wären sie wahrscheinlich nicht da, wo sie jetzt sind. Und zum Ende der Saison wurden sie auch wieder schwächer. Schwächer, als ich sie auch eingeschätzt habe. Ich habe sie da immer besser eingeschätzt, als wir waren am Ende. Aber gut, mal sehen, wo sie nächstes Jahr spielen werden. Ich glaube nicht unbedingt um Euro oder Champions League, aber so im Mittelfeld. Vielleicht mit einem kleinen Auge auf die Euroleague könnte das gehen. Bei Mainz sieht das genauso aus, wobei Mainz auch gegen den Abstieg spielen könnte, weil die halt wirklich auch diese Saison wirklich nicht gut gespielt haben. Haben viele gute Spieler, aber mal sehen, ob Okazaki gehen wird. Dann brauchen sie einen neuen Stürmer. Mal sehen, wer noch so gehen wird. Und allgemein denke ich, dass die Mittelfeldvereine bleiben werden und auch, dass sie diese Saison diesen Mittelfeldplatz da verdient haben, einfach weil sie nicht sonderlich krass waren. Bei Köln sieht das Ganze genauso aus. Köln habe ich ja genau so eingeschätzt, ungefähr auf dem Tabellenplatz. Die Kölner sind ja schon wieder der Meinung, wir können nächstes Jahr Europa League spielen, wir haben uns so gut gehalten. Das ist halt immer die kölsche Mentalität. Das ist auch vollkommen in Ordnung, aber für mich ist Köln einfach ein sympathischer Verein, eine gute Saison gespielt. Sollten aber auch nicht übermütig werden. Haben jetzt zwei Leistungsträger, in Anführungsstrichen Leistungsträger mit Uja verloren. Ich finde ja Uja immer noch nicht so krass, aber er hat halt Tore geschossen. Und Wimmer an Tottenham Hotspur, die müssen auf jeden Fall einen neuen Innenverteidiger sich irgendwie ausbilden, aber das wird schon irgendwie klappen. Und ja, mit Uja, ja gut, sie haben Bart Finne, der wird sich entwickeln, denke ich mal, Jan Osaku, der meiner Meinung nach besser ist als Uta. Das wird schon irgendwie werden. Hannover hat sich bisher Ciauner geholt, ein Ersatzkeeper, weil ja Alma gehen wird und Miller seine Karriere beendet hat. Jetzt haben wir Radlinger, der noch zurückgekommen ist, haben noch Königsmann, der sehr, sehr gut ist, unser Nachwuchskeeper und halt Ciauner, den hinter Ciauner, weil es Ciauner gehen sollte, haben wir da auf jeden Fall auch schon mal im Notfall einen guten Mann mit Ciauner, denn der ist wirklich relativ stark, finde ich zumindest, immer wenn ich Sankt Pauli gesehen habe, hat er eigentlich nie wirklich Fehler gemacht. Haben dann aus der AR-Jugend, Waldemar Anton und Mike Steven Beere geholt, zwei sehr talentierte Spieler, einen guten Innenverteidiger, was wir auf jeden Fall auch gebrauchen können und einen guten Flügelspieler, der auch schnell ist und der eine gewisse Dynamik mit reinmricht. Ich hoffe, dass auch der gute Front-Sack, der ja Trainer bleiben wird bei uns, dass der auch auf die Jugend ein bisschen mehr bauen wird. Maurice Hirscher, man hat auch noch mal fest verpflichtet aus der zweiten Mannschaft, der sich auch auf jeden Fall ausbilden kann. Rankovic ist zurückgekommen, ich bin mal gespannt, ob der wieder verliehen wird, genauso wie Suleimani. Diasen ist ja auch noch so ein Kandidat dafür oder Abuchi Obinua, unser US-amerikanisches Supertalent, mal sehen, was mit denen so werden wird. Ich bin sehr gespannt, ich hoffe ja nächste Saison auf die Innenverteidiger-Kombination Marcelo und André Hoffmann, Philipp als Ersatz und dann Schulz als Ersatz, weil Schulz wirklich zu alt geworden ist. Ich denke mal, Anton kann da auch auf jeden Fall seine Einsatzzeiten bekommen, weil der wirklich ein sehr guter Spieler ist und gerade mal einen Monat älter als ich. Das macht einen doch traurig. So, Stindl ist weggegangen, wahrscheinlich wird auch Pereira weggehen, der Vertrag wird nicht verlängert werden. Jimmy Briand wird wahrscheinlich auch gehen, ich hoffe, dass wir ihn verlängern, weil ich den wirklich sehr gut finde. Seit er Stürmer spielt, geht das ja plötzlich auch alles. Besser als Rosse Lewis, zumindest in der aktuellen Form auf jeden Fall. Schlau-Draffen-Techniker, hätte ich auch gerne bei uns die Karriere beenden. Ansonsten zu einem Verein gehen in der zweiten Liga eventuell, wo er wirklich Spielpraxis bekommt, weil er ist einfach zu gut, um auf der Bank zu versauern. Viele sagen, Herr Stauder ist scheiße, aber gerade technisch ist er super. Panda, ja, mein Lieblingsspieler, wird wohl gehen, ist halt verletzungsanfällig, ist halt zu alt geworden, weil sie noch seine Karriere wendet oder bei irgendwo in der zweiten Liga oder so nochmal angreifen wird. Alma geht, Miller bendet die Karriere und Mario Sangevicius wird wohl auch gehen, hat nochmal seine letzten Minuten bekommen am letzten Spieltag. So, Stuttgart hat sich extrem gut versteckt mit Kimmich, ist ein guter Spieler. Heise ist auch kein schlechter auf jeden Fall. Ich denke mal, da hatten sie Bedarf, weil Gotoko Sakai und Rausch jetzt nicht die allerstärksten sind da außen. Aber mal sehen, was da laufen wird. Die haben eine sehr starke Jugendabteilung und ich bin gespannt, was nächste Saison gehen wird. Sind ja für mich so unrecht da unten gestanden, zumindest nachdem sie wirklich angefangen haben, vernünftig zu spielen. Sagt Ginczek wieder fit ist. Ich denke mal, das kann nächste Saison sehr spannend werden mit beispielsweise Ginczek, mit Kostic, der ist sehr, sehr stark. Ich hoffe, dass sie Maxim nicht abgeben werden, weil er wirklich auch sehr stark ist. Harnik, das ist auf jeden Fall eine gute Aber ich hoffe, dass sie mit dem Abstieg nicht so viel zu tun haben werden, weil Stuttgart wirklich ein sehr guter Verein ist, der attraktiven Fußball spielt und eigentlich noch nicht hingehört. Bei Hertha sieht das anders aus. Hertha bisher noch keine Abgänge, aber auch keine Zugänge, außer Samy Alagi und Fabian Holland, beide per Leihende zurückgekommen. Ich feiere die ja ehrlich gesagt nicht mehr so. Hertha hat für mich hier einen richtig schlechten Fußball gespielt, hätte es auch vielleicht sogar verdient abzusteigen, wenn sie nicht gegen Hamburg gewonnen hätten. Wer weiß, was dann passiert wäre. Ich bin ja nicht gegen Hertha normalerweise. Ein Hauptstadtklub muss eigentlich in der Bundesliga spielen, aber die spielen einfach so eine Grütze und das muss nächste Saison besser werden. Ansonsten wird das ganz, ganz eng für Hertha, genauso wie es diese Saison schon eng war. Ingolstadt bin ich gespannt, wie die sich so machen werden. Ich denke mal, die werden sich gut verstärken. Brägerie ist ein vernünftiger Innenverteidiger, den sie geholt haben von Darmstadt. Haben nur wenige Spieler so wirklich abgegeben und ich denke mal, das wird ja nächste Saison ganz gut werden mit Ingolstadt. Ich denke mal, die können sich in der ersten Liga etablieren. Ich hoffe, dass sie nicht direkt wieder absteigen werden. Genauso wie Darmstadt, aber bei Darmstadt bin ich mir relativ sicher, dass sie wieder absteigen werden. Ist halt ein Verein, der einfach ein Partyverein ist, quasi ein Dorfverein. So ein Kreisliga-Verein plötzlich in der Bundesliga. So gefühlt. Natürlich nicht auf dem Kreisliga-Niveau. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine so vom Feiern her und von den Fans her und vom Stadion und von der Stadt her. Sie haben es verdient, da zu spielen. Bin gespannt, wie sie spielen werden, aber ich denke mal, der Abstieg ist da fast schon eingeplant. Ein Jahr Liga wie bei Paderborn wird da wohl das sein, was die Offiziellen anstreben. Und dann kommen wir zur Relegation. Das letzte Thema. Bisher sind wir bei 30 Minuten. Hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert als 17. Aber das macht ja auch nichts. Ja, ich denke mal, dass Karlsruhe das packen wird. Haben gestern besser gespielt als Hamburg. Die haben, zum Ende hin waren sie stärker, die Hamburger, nach dem 1 zu 1 durch Jelicevic, was ja relativ glücklich war. Sie haben vorher sehr viele Chancen gehabt. Die Karlsruhe hat zweimal Lattenschuss, einmal noch der Elfmeter, den sie hätten bekommen können, wenn sich da der Reinhold Jabo fallen lässt. Karlsruhe hat es mehr verdient als Hamburg. Bin ich immer noch der Auffassung, alle die sagen, du hatest doch Hamburg einfach nur, nein, ich bin einfach nur realistisch und sage, dass Hamburg einfach mit dem Fußball, den sie seit zwei Jahren spielt, nicht in die Bundesliga gehört. Ich glaube, ein Neuanfang in der 2. Liga würde ihn einfach besser zu Gesicht stehen und gut tun. Und ja, Karlsruhe hat es nach der Saison auch verdient, in der 1. Liga zu spielen. Jemand, der so schlecht spielt, verdient es, in die 2. Liga zu gehen. Jemand, der so gut spielt, verdient es, in der 1. Liga zu spielen. Die Relegation ist Schwachsinn. Die Relegation gehört abgeschafft. In England hast du das auch nicht. Du hast es eigentlich fast nirgendwo. Ja, eine Aufstiegsrelegation, irgendwie Aufstiegsplayoffs oder sowas, wie es in England gibt, das ist okay, aber, weil das wirklich auch die Teams sind, die quasi nochmal von 3 bis 3 bis 6 oder so, die dann darum spielen können, die dann darum spielen können, aber Abstiegsrelegation finde ich ehrlich gesagt lächerlich und das System sollte abgeschafft werden, denn wenn du auf den 3 letzten Plätzen stehst, dann hast du es in jedem Fall verdient abzusteigen und sollst dich nicht in 2 Spielen einfach nochmal mit Glück retten können. Gut, das war es dann von diesem Video. Wir sind bei knapp 30 Minuten angelangt. Ja, war doch ganz angenehm, würde ich mal sagen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und bis dann, haut rein und ciao.